Ja, Freunde, der große Patch, der 0.4er, hat sich ja jetzt etwas verschoben, wie ihr alle wisst, ne? Nichtsdestotrotz kam heute ein kleiner Patchchen raus, und den wollen wir uns mal angucken. Der beinhaltet nämlich neue Fallen, also eher so Alarmsystem, sag ich mal, ne? Und zwar funktionieren die hier mit Feuerwerk, oder hier so eine Rakete, oder halt ein Silent-Alarm-System, also ein stiller Alarm, da kriegt der Einbrecher dann gar nichts mit, aber du kriegst die Info, da ist gerade bei dir einer. Das ist sehr interessant, das gucken wir uns auch gleich mal näher an. Zu dem stillen Alarm gehört neuerdings jetzt auch das Handy, damit ihr die Info halt geschickt bekommt, ne? Die taucht dann oben rechts auf, hier ist es ja schon, als Beispiel. Und da kann man sogar auch die entsprechende Falle, den Sensor halt, umbenennen halt, so wie ihr das wollt. Vorder-Tür, Hintertür, oder wie auch immer, Keller, Dachgeschoss, dann wisst ihr genau, wo der einer rumgelaufen ist, wisst ihr? Also irgendwie eine coole Idee. Weiter geht's mit den Attrappen, sag ich mal fast, ne? Das sind, ähm, tatsächlich für, äh, Skillen, die, ähm, Schlüsselknacken kann man jetzt machen. Und zwar das Lernen halt, vom Schlüsselknacken, genauso aber auch das, äh, Bombenentschärfen. Da gibt's jetzt so eine Attrappe, nenn ich das mal, also so eine Trainingseinheit hier, wo man dran rumbasteln kann. Ist auch interessant, um den Skill halt hochzubringen, ohne dass man jetzt live irgendwo einen brechen muss und jedes Mal einen Stromschlag kriegt oder weggeballert wird von dem, der da halt wohnt oder wie auch immer. Gut, was ganz klasse ist, ist auch das Ding hier, dass jetzt die Kaffeeautomaten mal funktionieren. Es gibt jetzt Kaffee im Spiel und wenn ihr euch da so ein Ding dann zieht, ähm, dann kriegt man hier so einen Energy Boost. Also, ihr erholt euch dann halt dementsprechend, äh, schneller, ne? Ausdauermäßig. Auch eine Neuerung für die ganzen Admins. Wir können jetzt auf der Karte mal, äh, die ganzen Spieler sehen. Hier, das sind die roten Punkte, da ist einer da. Mit Name oder ohne Name kann man einstellen. Auch wenn man draufklickt, kann man sofort hin teleportieren. Finde ich ganz gut. Das spart eine Menge Arbeit wiederum, ne? Und es wird immer besser Scum, Leute. Auch, wie gesagt, gerade für Admins, äh, weil das ist vorher sehr umständlich alles, ne? Und, äh, man kann nicht so viel machen. Deswegen freue ich mich über solche Sachen, dass sie auch an die Administration von dem Spiel denken, ne? Ähm, des Weiteren können wir noch einstellen, die Tankstellen, wie viel Benzin die haben. Wie viel Liter so eine Tankstelle halt hat, ne? 150 Liter hier oder 25 kann man denn so einstellen jetzt. Also, ich lasse das jetzt erstmal auf Standard, da sehe ich noch nicht Bedarf irgendwie, dass ich da jetzt noch was ändern muss. Und, äh, ist aber eine interessante Sache, dass wir jetzt mehr einstellen können. Also, ich bin ein Freund davon, mehr einstellen zu können, damit sich die Server halt, ja, unterscheiden. Jeder stellt so ein, ne? Wie er mag halt. Und dann ist auch ein bisschen mehr Abwechslung bei Scum halt allgemein. Ganz viele Bugfixes, die gehe ich jetzt aber nicht durch, Leute. Und das war schon der kleine Patch. Etwas für 200 MB. Was ich auch ganz interessant fand, ist, ähm, dass es auch in Zukunft möglich sein soll, aus dem Auto rauszuschießen. Das ist ja so ein Ding, ne? Als ob die Entwickler, wie gesagt, ab und zu irgendwie meine Videos gucken oder sowas, ne? Zumindest kommen da immer so meine Wünsche immer hier in den Vordergrund, ne? Finde ich ganz interessant. Vielleicht tun sie das ja auch. Oder vielleicht steckt denen jemand die Sorgen und Nöte, die wir Serverbetreiber und Gamer mit Scum halt haben. Und, äh, das ist das Coole, dass da in dieser Richtung immer mehr entwickelt wird, weil ich gerade vor zwei, drei Videos gesagt habe, ja, es wäre eigentlich geil, wenn man hier so die Scheibe runterdrehen könnte und dann da so rausballern könnte. Warum denn nicht, ne? Aber ich habe gesagt in meinem Video dann, ja, mit der Pistole halt so, ne? Ähm, aber ich weiß es nicht. Wenn das mit einem Gewehr da geht, dann ist das natürlich auch cool. Bloß, ähm, weil du, wenn du Fahrer bist, dann ist es, glaube ich, realistischer, wenn du nur eine Pistole so hast, anstatt so ein Riesending da, oder? Ich weiß nicht recht. Ähm, vielleicht geht es auch nur für die Leute, die hinten sitzen oder sowas. Aber das ist egal. Hauptsache, man könnte dann irgendwie da aus dem Auto ballern. Finde ich irgendwie eine coole Idee. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Diese Alarmsysteme hier. Ja, Freunde, nicht wundern, wir sind hier auf dem Admin-Testgelände für uns. Und ich habe das schon mal soweit vorbereitet. Hier ist die Silent-Falle, in Anführungsstrichen. Ähm, so sieht sie aus. Das sind die stillen Fallen. Äh, und da geht es darum, wenn ihr gedrückt haltet, ne? Dann könnt ihr hier den Namen setten. Das ist wichtig bei solcher Falle, damit ihr wisst, wo eingebrochen wurde. Ähm, Hauseingang zum Beispiel. Ganz simpel, vor der, vor der Vordertür jetzt, ne? Hauseingang. Wenn die ausgelöst wird, dann sollte diese Nachricht da oben, so wie das Ding heißt, bei mir erscheinen. Dann, Showtrigger. Das ist jetzt die Reichweite. Wenn ich mal weggehe, seht ihr das? Da könnt ihr den sehen. Ab hier halt, ne, wird die ausgelöst. Und wenn ihr noch mal hier unten am Trepp, also das ist dann Falle scharf machen, dass ihr das eben wisst, nicht wahr, ne? So. Dann haben wir hier diese Raketenfalle oder Warnung oder wie auch immer. Eine Falle ist sie irgendwie nicht. Es irritiert immer, weil es halt Trepp ist. Es ist irgendwie ein Warnsystem. Das Raketenwarnsystem, halt Showtrigger. Aber es ist eigentlich genau so der gleiche Radius hier von dem Video, das Teil da drüben, ne? Also, da läuft es da rein, dann knallt das Ding los. Das sehen wir uns gleich mal an, ne? Und sogar der Letzte haben wir noch hier diese Feuerwerkskörpergerät oder wie ich das nennen soll. Äh, sieht auch so aus, ne? Auch so ein Radius hier. Ihr seht selber. Und dann warten wir auf unser Opfer, der da mal reinläuft, weil selber kann ich da nicht reinlaufen, Leute. Ich muss es nicht scharf machen und dann müsst ihr gleich an lieber Atmen vorbeikommen und sich freiwillig bereit erklären, da reinzulaufen. Aber dem passiert ja auch nichts, wie gesagt. Äh, wir wollen ja nur mal gucken, wie das aussieht, wenn die dann so anfangen, äh, auszulösen, ne? War nicht? So, hier schauen wir uns mal das Handy an, das Mobile Phone. Das braucht ihr jetzt für diese, äh, Falle, um eben die Info zu kriegen. Ja, hier wurde jetzt eingebrochen oder da läuft einer lang oder wie auch immer, ne? Dazu gibt's noch ein Smartphone-Akku. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie jetzt relevant ist oder sowas. Also, wenn ich das jetzt hier so hinschiebe, da passiert nix. Rechte Maustaste. Auf jeden Fall gibt's das Teil. Ich muss es selber mal alles so jetzt noch testen. Wie gesagt, die Items sind nagelneu, Freunde. Und wir werden uns dran gewöhnen. So, da haben wir schon unser Opfer. Unser Einbrecher, der läuft jetzt da links über die, ähm, Silent-Mine. Und dann sollte da eigentlich was passieren, so. Jawohl, habt ihr das gesehen? Oben rechts schaut mal her. Something has triggered your silent alarm. Und da steht drunter Hauseingang. So, schnell geht's. Jetzt die Meldung aus, schnell wieder weg. Ähm, das geht halt mit dem Handy. Und, ja, jetzt wissen wir, dass zu Hause einer beim Hauseingang langgelaufen ist. Der muss ja noch nicht mal eingebrochen haben oder sowas. Aber da war ein Spion oder wie auch immer. So, jetzt schauen wir uns mal die, die Rakete hier an. Ja, der Crackbot schreibt gerade, was ist passiert? Der hat's natürlich nicht mitbekommen. Aber der sieht's dann im Video. Und da geht's schon los. Oh, Heidewitz-Gastas hoch. Sieht geil aus, oder? Das ist die Alarm-Rakete. So sieht sie aus. Hält auch ziemlich lange, ne? Richtig nice. Aber, Leute, keine Ahnung. Muss man sehen, ob man das denn sieht halt, ne? Über den Bäumen und so. Je nachdem, wo man halt ist. Keine Ahnung. Also, das Handy ist schon eine coole Sache da hinten. Mit dem Smartphone, der Meldung. Das hilft auf jeden Fall. Dieses Alarmsignal muss man sehen. Da kann man ja auch dein Haus mit orten. Also, wenn ein Feind da langläuft, ne? Und dann geht da Rakete hoch. Dann sehen das auch die ganzen anderen wahrscheinlich, die da in der Gegend sind. Hä, was ist das denn? Und die laufen dann auch dahin. Wisst ihr, wie ich mein? Also, das ist ein Problem. Dann haben wir noch als letztes dieses Knaller-Ding hier. Ich glaube, das macht Krach. Da müssen wir mal schauen. Ich mach mal scharf. So, wir laufen weg. So, er darf. Achtung. Da kommt der Feind. Er läuft rein. Oh. Ich kann gar nicht so weit nach oben gucken. Ach so. Das ist so eine... Ach Gott, ist das hoch. Eine Batterie. Guck mal, ich kann es gar nicht sehen, Alter. Ich muss weiter nach hinten. Also, das ist schon extrem hoch, Leute. Ihr seht es selbst. Okay, das ist Feiercracker. Ich hab's mir jetzt anders vorgestellt. Ich dachte, auf Boden explodiert das so ein bisschen, ne? Und nicht so Raketen in die Luft, halt. Das ist ja hier diese Batterie, die wir auch schon haben. Bloß in klein halt, ne? Auf jeden Fall interessant zu sehen, Leute. Und, ja, das war's schon. Wir danken Cracky für das Experiment. Ich selber kann ja in diesem Fall immer nicht so reinlaufen. Das ist halt das Ding. Deswegen braucht man da immer einen Partner, der da einen unterstützt, ne? Nochmal. Aber macht das mal nachts. Ja. Nachts sieht es bestimmt auf jeden Fall auch richtig nice aus. Ja, wir testen das alle mal aus, Leute. Ich bin auf jeden Fall von dieser Silent-Falle begeistert. Von den anderen muss man sehen. Müsst ihr mal probieren, ob das euer Ding ist, ne? Auf jeden Fall wieder eine lustige Idee. Und ich freu mich schon auf den nächsten Patch. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann, bis dann. Bis zum nächsten Mal.